Zum Schluss spielt für Sie noch das Kaffeehausorchester Bremen, die Trittstratschpolka von Johann Strauß, also richtige Kaffeehausmusik. Und wir beide, wir verabschieden uns jetzt aus Bremen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit, vor allen Dingen viel Glück beim heutigen Preisrätsel. Und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Kaffeehaus 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 Kaffeehaus